Ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit mir, dem Marco, dem alten Kaffeeonkel und der Lara. Und wir haben hier kleines Fratzengeballer, Gemetzel, Gehäcksel, Geschnetzel veranstaltet in der letzten Folge. Ein bisschen unfreiwillig. Jawohl. Auf zum finalen Kampf, so wie ich das sehe. Und dann wollen wir mal hier ein bisschen aufräumen zuerst. Oh. Oh, oh. Sturm. Hallo? Spiel. Sehr schön. Mitnehmen. Kann ich nicht mitnehmen. Gut. Ähm, was gibt's hier oben? Kann ich hier noch was mitnehmen? Nada. Oh geil. Sehr schön. Runter, runter. Na. Das ist mir doch definitiv zu ruhig. Ach, das macht sie so. Na, sehr schön. Wir gehen mal auf die hier. Na. Oh, oh. Nee. Nee. Oha. 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 Und da mich. Oh, 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 oh. Komm schon. Pams. Jawohl. Heilige Scheiße. Ich glaub, das war ein Oni. Äh, ich will zu meiner Omi. Da hat's so viele Onis. Mitnehmen. Ist alles voll, glaub ich, gell? Ja. Schreien der Schlucht, in der Schlucht oder was? Ich hab's nicht richtig gelesen können. Ei, ei, ei. Kann ich hier irgendwas? Nee. Puh. Hier haben wir noch was. Alter. Und dann nehm ich mir zwar äh hm, den hier. Jawohl. Nice. Sehr schön. Jupp, mehr geht auch eh nicht. Fähigkeiten haben wir nicht. Da wollen wir weitergehen, meine Freunde. Wo auch immer weiter ist. Wo ist denn weiter? Äh, wo ist denn weiter? Oh, was haben wir da hinten noch? Jawohl, noch was zum Mitnehmen. Sehr schön. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von der Polizei besucht haben? Wer weiß. Ja, ich hab vergessen nochmal genauer zu gucken. Egal. Ist eh nur Beiwerk. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss da hin. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Da liegt noch ein Buch. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort. Bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Na, ob die Ahnen da geholfen haben? Ich bezweifle es ja. Na ja, gut. Oh geil. Auf damit. Komm schon, Lara. Komm schon. Auf damit. Ups. Was ist das? Hm. Was ist das? Ein Mechanismus. Okay. Dann drehen wir mal am Rad. Jawohl. Okay. Das war das falsche Rad. Dann drehen wir mal an einem anderen Rad. Ich glaube, da drüben ist nur eins. Yippie, jay, jay. Jawohl. Rüber, hoch da. Jawohl. Und dann wollen wir mal hier am Rad drehen. So. Dreh, 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 dreh. Komm schon, Lara. Jawohl. Nice. Oh. Uh. Uh. Wollen wir mal. Ist hier was versteckt? Hehe. Ein Sekret. Ein Secret. Hehehe. Tja. Hm. Da ist nichts dran. Okay. Oh, lecker. Ja. Ist das nice. Eieieiei. Mh. Mh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht lecker. Ja. So. Okay. Äh. Mal ganz kurz die Lage. Ah, da oben. Da, da. Da würde ich mal vermuten. Ähm. Wir. Müssten. Theoretisch. Ich weiß nicht was. Wir müssen. Äh. Ich würde mal sagen. Den hier. Zieh, 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 zieh. Komm schon. Okay. Sehr schön. Dann da hoch. Jawoll. Sehr schön. Komm schon, Lara. Jawoll. Sehr schön. Äh. Mh. Nicht schön. Kann ich dich nicht irgendwie. Irgendwie da runterholen oder so. Geht es nicht. Hm. Ne. Na gut. Dann eben nicht. So. Auf damit. Komm schon. Auf damit. Jawoll. Nice. Und. Ach, da habe ich was vergessen. Was habe ich denn da vergessen? Yippie. Huhu. Äh. Ja, bla bla bla. Irgendwas habe ich gefunden. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe. So. Jetzt. Dann wollen wir mal das probieren. Komm. Zieh, 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 zieh. Zieh, 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 zieh. Na. Mhm. Und nochmal. Ja, ja. Ja, ja. Komm schon. Zieh mal. Okay. Die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich müsste wahrscheinlich drauf springen, ne? Wann ist da der richtige Zeitpunkt? Komm, 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 komm. Oh, oh Ich muss es im richtigen Moment schaffen Wow Autsch, Autsch, Autsch Aber ich glaube, das Teil da unten, das machen wir mal lieber zu War das der hier? Ich hoffe Ich glaube Komm So, da will ich nämlich nicht reinfallen Verstehst du? So Da komme ich nicht hoch Da komme ich hoch Gut Sehr schön Die Frage ist ja jetzt nur Oder muss ich den nochmal Warte mal, kann ich hier nochmal was machen? Hm Was passiert denn, wenn ich Ne, das bringt mir nichts, ne? Ne, 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 ne Das, das Oder doch Das klingt gar nichts, oder? Warte mal Komm Hm Das können die natürlich auch sein, ne? Weil Na komm Falscher Knopf Komm schon, komm schon, komm schon Shit Wenn ich da im richtigen Moment Warte mal Wenn ich das aber von oben vielleicht Warte mal, warte mal, warte mal Warte mal Das ist jetzt halt die Frage Muss der oben sein Oder muss das Ding unten sein? Das weiß ich jetzt eben nicht Der muss oben sein, oder? Ja, wir probieren es einfach mal aus Komm Komm Rüber Den Sprung schaffe ich Ja, aber nur wenn du vorher nicht runterfällst Liebe Lara Nur wenn du vorher nicht runterfällst Ich weiß nicht, warum ich da runtergefallen bin Egal Komm Komm Komm, komm, komm Auf ein neues Jawoll Komm Komm Jawoll Und Rüber Jawoll Komm Komm hoch Nein Nein Ja, ich sehe es, wie du das schaffst, Lara Alter Ich weiß nicht, das ist ein bisschen tricky hier, das Ganze Vielleicht auch ein bisschen buggy, ich weiß es nicht Rüber Komm, das ist jetzt auch so eine Sache hier, ne Na, komm Also gut, noch einmal Zack Und 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 Komm schon Jawoll Und Rüber Fuck you Das gibt es doch nicht, oder? Leute Ach du Scheiße, Mann Komm schon Willst du mich verarschen? Na komm Ja, meiner Meinung nach wäre es ja nicht nötig gewesen, aber na gut Komm schon Na komm Geh da rüber So Da rüber Zack Komm, 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 komm Jawoll Und Rüber da Hoch da Na endlich Alter Autsch Die Sonnenköniginnen Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin Moment mal Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halblebe Eine Seele in einem verwesenden Körper Gefäße Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen Es ist eine Seele All diese Königinnen, sie waren Du Himiko Erste und Letzte Oh Gott Und jetzt willst du Sam Aber du kriegst sie nicht Meine Meinung Ganz meine Meinung Ein Gefäß für die Seele der Königin Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten Genau Und das werden wir auch machen Na komm Lara Ja die Kameraführung ist manchmal ein bisschen komisch In den Sequenzen in letzter Zeit Ich weiß nicht warum Ich kann es euch nicht sagen Ich weiß es nicht Na komm Oh da läppst du wieder ewige Tunnels entlang Na komm Lara Die Dramatik steigt Verstehst du Die Dramatik Die Dramatik Jawohl Was haben wir hier noch Lager Was haben wir hier noch Nicht Sackgasse Alter Schwede Ich werde wahnsinnig Was haben wir hier Sackgasse Okay Ja das ruckelt schon wieder Kein Zurück mehr Nach diesem Lager ist Schnellreise La 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 Ja ja Ist okay Gut Was haben wir hier Eine Satsuma Porzellanvase Wahrscheinlich frühe Edo Periode Was du nicht alles weißt Lara Na dann Ist aber nicht mit in China oder so Ne anscheinend nicht Gut Okay Lager Das uns mal gar nichts bringt Aber so gar nichts Jetzt ist halt die Frage Mach ich weiter oder mach ich einen Break Mach ich weiter oder mach ich einen Break Ich mach weiter Okay Weiter geht's Komm schon Auf geht's Lara Ach du heilige Scheiße Ach du heilige Scheiße Du ahnst es nicht Und ich ahne Böses Ne 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 Oh Lara Lara Habe ich schon mal gesagt Ich hasse Brücken Habe ich schon mal gesagt Ich hasse Brücken Ja aber die haben angefangen Hier gibt es keine Helden Nur überleben Oh Arschloch War das Feuer nicht vorher schon da Na gut Da wollen wir mal Immer dasselbe Hiha Komm schon Okay Mitnimm Ah Komm Aufwärts Hiha Per Express Natürlich Jawoll Ja Und dann da rüber Yeah Komm schon Lass mich nicht hängen Lara Alter Schwede Komm Nein Noch ein Stück da hoch Komm 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 Und rüber Boah Der Perspektivenwechsel Ist auch manchmal So eine Sache Sehr schön Wo geht's weiter Äh Oh 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 Na komm Ein bisschen Eis klettern Na super Um die Ecke bitte Lara Jawoll Rüber Alter Komm Lara Lass mich nicht hängen Komm schon Oh oh Alter Schwede Hoch da Jo Oh 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 Das war wohl nix Eieieieiei Eieiei Na komm Hiha Komms Jawoll Sehr schön Und hoch da Oh oh Hier bricht schon wieder alles zusammen Das ist doch nicht normal Oh man Mit dem Architekten hier auf der Insel Müssten wir mal reden Oh oh Ach du Scheiße Ich weiß nicht ob mir das gefällt An der Glocke befestigt Na super Okay Auf Hoch da Alter Pumps Junge Junge Wohin Oh Wohin Oh 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 Alter Schwede Ja ja Vorsicht Die Mistkerle kommen in deine Richtung Wir haben alles getan um sie aufzuhalten Danke Reyes Ich geh zum Boot Wenn ich nicht zurückkomme Wir werden nicht ohne dich fahren Wir warten Na endlich Hat sie es kapiert Reyes Sie hat es kapiert Rüber da Komm schon Lara Jawoll Nice Oh 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 Gefällt mir gar nicht Oh oh Fuck you Alter Da kriegst du jedes Mal einen kleinen Herzinfahrt Komm schon hoch da Hoch da Lara Na komm das schaffst du Na 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 hoch da Komm schon Alter Schwede Hoch 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 Ja hoch Komm Da hoch Jawoll Ja Oh oh Okay Und hoch Hoch Autsch Alter Verwalter Komm ich da dran Komm ich Jippie Komm schon Na express Oh 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 Rüber 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 Alter Und nun Ich glaube ich muss runter oder Ich bin mir nicht mal sicher Aber ich denke mal dass ich runter muss Scheiße Komm schon Lara Oh 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 Shit Geronimo Komm schon Hiha Alter Junge 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 Na komm Lara Kletter Komm schon Kletter Komm Alter Uiuiui Warum schneidet der Schnee so rein Ist ja gruselig So Sehr schön Alter Schwede Ja meine lieben Freunde Und wie das weiter geht Haha Das Finale Das erfahren wir in den nächsten Oder in den nächsten Folgen Mehr wie ein oder zwei werden es bestimmt nicht werden Bis dahin Have a nice day Danke dass ihr bis hierher zugeschaut habt Und wenn es euch gefällt Und gefallen hat Gerne ein Abo da lassen Einen Daumen nach oben Würde mir sehr gerne gefallen Und natürlich auch ein Kommentar Bis dahin Euer Maiko Euer Kaffeeonkel verabschiedet sich Have a nice day Ciao Ciao